hallo und herzlich willkommen ich grüße euch alle ganz herzlich ich heiße daniel und heute möchte ich hier trennsimulator 2 spielen viel spaß bei zuschauen ich werde heute wieder in zwei verschiedenen sprachen sprechen deutsch rumänisch weil ich eine deutsche und auch eine rumäne bin salutare was salut mein Name ist daniel ich heiße Doris Jog trennsimulator 2 ich habe hier einen kleinen text bekommen eine schwarze bild mit einem weißen text und es steht da erstmal S3 Betriebswerk wechsel 12 uhr 23 minuten fahren sie diese S3 Richtung Osten bis München Hackerbrücke DBBR 423 München Passing bis München Hackerbrücke und ich möchte jetzt übersetzen Tocmai cum ziceam și în limba germană am primit aici un text care de fapt e o imagine neagră cu un text alb care de fapt începe cu prima oră pe partea stengă și scrie ora 12 și 23 de minute S3 Betriebs vexel vexel adică schimbăm trenul ieșim de fapt din garaj și ne îndreptăm să mergem spre prima gara unde vom întâlni diferite semnale roșii galbene și va trebui să facem pauză să așteptăm până vom avea prioritate să ne îndreptăm spre prima gara Mergeți cu S3 în direcția Osten până la München Hackerbrücke DBBR 423 München Passing până la München Hackerbrücke Wir werden jetzt starten Let's go! Ponect up! Să ne vedem la următoarea Deilelelelelelelele! Wir werden jetzt starten. Wir werden 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 starten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.